Ja, schönen guten Tag, ihr da draußen. Ich grüße euch. So sehe ich in etwa aus, während ich nicht auf Sendung bin und hier schön gemütlich die neuen Folgen schneide. Ja, ich habe eine Ankündigung zu machen. Und zwar, die Filmelei ist nun ab sofort exklusiv auf Patreon. Auf Patreon. Der Plattform Patreon, dort könnt ihr mich vor allem, aber im erweiterten Sinne die Filmelei, also alles, was mit der Filmelei zu tun hat, unterstützen. Ab sofort könnt ihr mich dort unterstützen, nicht nur mental, sondern auch finanziell. Es gibt da mehrere Mitgliedschaften zum Aussuchen. Aussuchen. Was bekommt ihr dafür? Das ist immer die wichtigste Frage. Was bekomme ich denn dafür? Einfach hier Kohle wollen, so geht das nicht. Absolut richtig. Also zum einen ist es natürlich wirklich eine Unterstützung. Ihr sorgt für den Fortbestand der Filmelei. Die gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit zwei Jahren. Und wie ihr gemerkt habt, produziere ich am Stück und bin immer ganz, ganz fleißig. Aber so langsam braucht auch die Filmelei manchmal tatkräftige Unterstützung, damit es eine Zukunft geben kann. Denn das wollen wir doch alle. Am Ende des Tages ist es mir immer noch ganz, ganz wichtig. So war es und so wird es auch immer sein. Ich produziere hier Unterhaltung für euch. Es geht um Filme. Wir sind eine Film-Talkshow. Wir sprechen über Filme. Es geht darum, euch vom Alltag abzulenken und nicht weiter sozusagen den Alltag noch größer aufzubereiten, als er es denn schon von anderen Medien getan wird. Dafür sind die anderen zuständig. Wir sind für die Unterhaltung zuständig. In diesem Sinne würde ich mich freuen. Ihr würdet mich auf Patreon, ich blende das unten nochmal ein, die Adresse auf Patreon unterstützen. Es gibt da drei Pakete zum Auswählen. Ihr bekommt natürlich exklusives Material, bevor es jemand anderer zu sehen bekommt. Also was ist in der Filmelei angedacht, was kommt, was ist in Planung. Ihr bekommt eine exklusive Vorschau auf die neuen Folgen. Ihr bekommt auch den Zugang zu den neuen Folgen früher als alle anderen. Das heißt, ihr könnt ab sofort, wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft entscheidet, die Folgen der Filmelei vor allen anderen sehen. Und in anderen weiteren Paketen, die dann natürlich ein bisschen höher gestuft sind, könnt ihr unter anderem meine Film-Night-Show, die ich live betreibe, jetzt seit bisher nur zwei Folgen. Aber die dritte steht schon in den Startlöchern. Die könnt ihr ab sofort, ab einem gemittleren Mitgliedspaket, könnt ihr die live sehen. Und zwar nur ihr. Die kann sonst kein anderer sehen. Also nur die Patreon-Mitglieder, die zukünftigen, können mich live sehen und auch live mit mir sprechen. Und das größte Paket steht auch an, wenn es euch nach etwas Filmproduzenten-Luft ist, die ihr schnuppern wollt, könnt ihr dort nicht nur die Filmelei unterstützen und alles bekommen, was ihr mit den anderen Paketen auch bekommt. Also die Live-Show sehen, neues exklusives Material sehen. Nein, ihr erhaltet auch euren Namen exklusiv in jeder Folge, in jeder kommenden neuen Folge der Filmelei in den Abspann hineingeschrieben. Da wird dann stehen, produziert von. Das heißt, ihr werdet Filmproduzent und darüber hinaus könnt ihr mir auch exklusiv einen Filmrezensionswunsch geben. Das heißt, es gibt einen Film, über den wolltet ihr schon immer mal sprechen, beziehungsweise ihr wollt schon immer mal was darüber hören. Das könnt ihr tun. In Zukunft in einer Live-Show oder in einer Folge werde ich dann über diesen Film rezensieren, wie es gewünscht wird. Und das mindestens einmal im Monat. Es lohnt sich also, seid dabei. Die Filmelei entwickelt sich immer weiter und seid bei der Entwicklung dabei. Unterstützt mich tatkräftig bei all meinen Anstrengungen. Ich kann euch schon versprechen, wir haben wieder einiges in petto, was veröffentlicht wird. Und ihr erhaltet exklusiv den Zugang. Also unterstützt uns jetzt, unterstützt mich auf Patreon-Filmelei. Ich bin euch natürlich auf ewig dankbar und verbunden. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.